Uah! What? Alter! Uah! Schon wieder! Mann ey, was ist denn das dauernd? Wrench Baracke. Wieder er, ganz allein. Ach ne, das ist er. Ne, das ist er. Oh. Wo sind wir? Wir sind bei dem Feuertypi. Haben wir eine Waffe bei? Oh Gott, ich ahne Böses. Mir ist auch schon so, als wenn ich mich fast erinnern kann. Ich glaube, das geht nicht gut für ihn hier aus. Okay. Schauen wir mal. Jetzt sind wir wieder nämlich der andere Typ. Und haben jetzt anscheinend den Typen gefunden. Den Cowboy. Da ist auch noch ein Eingang. Oh, guck mal, guck mal einer an. Ist dort Licht überhaupt? Nee, das ist arschdunkel. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich er... Oh Gott, ich erinnere mich, dass da was ganz Schlimmes war. Oh Gott. Wo ist meine Taschenlampe? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein, das ist fast schon irgendwie wie Horror, Alter. Wie VR-Horror. Ist doch schon mal jemand so vor das Gesicht gesprungen. Okay, ist grad anscheinend keiner da. Was war das? Was haben wir denn hier? Also das ist schon ein richtiger, äh, ja. Ein Flammenwerfer ist das, aber komplett. Extremer Flammenwerfer. Womit der was plant. Hauptsache hier kommt keiner. Was haben wir hier? Alter. Ich hab wirklich richtig fett Schiss, ne? Oder wenn mir hier so eine Leiche entgegen baumelt oder so. Hier ist nichts. Das Auto steht auch so offensichtlich da, ey. Ist irgendwie nicht so gut. Wir müssen herausfinden... Aber anscheinend ist er es ja. Wir müssen auch vor allem Beweise finden. Was? Das wird der Feuerteufel sein. Oh Gott, ich hab so einen Schiss, Alter. Was haben wir hier? Was? Warum ist denn die Tür zugegangen? Oh Gott, warum ist die Tür zu? Ich hab so einen Schiss gerade. Ich hab so einen Schiss gerade. Ich glaub ich kann... Ich kann VR-Horror mehr spielen, ne? Weil das ist ja noch ein Witz hier. Gegen VR-Horror. Och, Alter. Ich dachte jetzt kommt was. Ich hab richtig Schiss. Warum ist denn die Tür auch zu? Lass mal auf. Schauen wir uns hier weiter um. Ach du Scheiße. Das war Verstärkung rufen. Schnell melden. Schnell melden. Ja, das ist Jack Kelso mit dem DA's Office. Badge 326. Wie kann ich helfen, Detective? Danke. Was? Meldest doch, du Sack. Meldest! Meldest! Was war das schon wieder? Meldest doch! Meldest doch, du hast ja noch die Tür. Meldest doch, du hast ja das aus Verpasst. Ach du, du hast ja noch ein bisschen vor mir geschenkt. Schnell mal, du hast ja noch die Tür für den Haufen. Meldest doch nicht. Es ist ja auch noch der Tür für den Haufen. Oh Gott. Gott, das wird noch ein interessanter Raum. Oh Gott, da geht es ja noch weiter. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Ermittler, Rathaus. Flammenwerfer haben wir schon mal. Oh Gott. Was war das schon wieder? Ich höre dauernd was. Das wird noch interessant, die Ecke dort. Oh. Willst du mich verarschen, Alter? Hier ist eine Waffe. Okay. Alles klar. Alter, und die ganze Zeit knallt es hier. Wir müssen uns eigentlich auch beeilen. Was haben wir denn hier? Alter, hört ihr das? Es knallt die ganze Zeit hier irgendwas. Es sind nicht wir. Oh. What? Alter. Oh Gott, Alter. Das wird schon... Boah, stell mal vor, da war jemand drin. Ich habe das doofe Gefühl, dass... Oh, warte mal. Dass uns jemand hinter uns sein wird. Das muss schon immer sein. Das ist schon wieder ein Bericht. Die da gebrannt wurde. Immer noch die Verletzung. Die da sind überall fliegen. Hör, komm her. Nein. Oh, noch haben wir Glück. Es ist immer noch keiner zu Hause. Aber du hast halt einfach Schiss, dass was passiert. Boah. Schon wieder? Mann ey, was ist denn das dauernd? Ich fühle mich gar nicht wohl. Ja, guck mal einer an. Boah, ich fühle mich gar nicht wohl hier. In dem Haus. Unser Auto ist weg. Oh, nee. Okay. Schon wieder. Soll ich es wagen hier jetzt mal? Die Tür? Oder soll ich noch warten? Na, wir gehen hier lang. Schon wieder? Alter. Guckt euch das mal an. Hier alles voll. What is this? Oxidol. You want to buy your old home today? Das genau I did with this in Kauf. Oh Gott. Ich hab so einen Schiss, Alter. Was is denn das? Is it blood? Rivertunnel. The rivertunnel. This guy is a tunnel rat. Strange obsession. Aber wir hatten doch eine Stelle mit der Origami-Killer, ne? Aber dann ist es auch noch... Alter, was soll's? Die ganze Zeit. Mir ist so, als wenn... Der Typ, den wir gerade spielen, als wenn es den nicht so gut erwischt hat. Ich glaube, es wird uns hier nicht gut ergehen. Aber es ist halt zu lange her. Als ich es gespielt hab. Ich hab so einen Schiss, Alter. Dass der hinter uns steht, auf einmal. Hier ist schon wieder sowas. Oh Gott. Na lecker. Ein Eimer. Nice. Schon wieder einer? Schon wieder. Hm. Dass einfach vom Spiel so eklig einer angerannt kommt oder so. Das wär eklig. Okay, die Tür ist aber zu. Deshalb hab ich noch gewartet. Ich glaub, hinter der Tür kommt noch was. Vielleicht ein Keller oder sowas? Hö. Ne, hier geht's raus. Oh. 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 Hä? Ich dachte, hier geht's noch irgendwo runter. Aber krass. Wir haben schon ganz schön. Die falsche Papierkranche von der Barackendecke hängt. Alles voll. Wir haben doch jetzt alles, oder? Das ist vielleicht versteckt, der Tunnel. Ah. Das ist ja auch nicht, was wir sonst noch nehmen können. Vielleicht nach außen rumlaufen? Oh Gott. Okay, jetzt fühl ich mich trotzdem ein bisschen sicherer. Weil wir jetzt mehr Überblick haben. Und wer sonst noch irgendwas? Oh Gott, warum sind hier immer Geräusche? Ich hab keine Ahnung. Ey, habt ihr das jetzt gehört? Alter, ich lauf ganz normal. Ich hab nix berührt. Auf einmal knallt es. Alter, ich krieg' nen Rappel, ey. Boah, ich krieg' schon leicht Gänsehaut. Wo können wir denn hier noch was herausfinden? Schon wieder knallt es. Was ist das hier eigentlich? Origami-Dinger. Ah. Oh, jetzt geht's los. Er kennt ihn aus den Marines. Von den Marines. Das ist D.A.'s Investigator, Jack Kelso. Ich habe ein Urgent Radio-Message für Detective Cole Phelps. KGPL, calling Car 11K, 11 King. Komm in. Mhm. Go ahead, KGPL. 11K, sehen Sie den Mann? A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. D.A.'s Investigator, Jack Kelso, reports a kidnapping suspect outstanding in the L.A. River Tunnel System with a hostage. 11K and... Roger that. What the hell is Jack playing at? It's like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies, stand by. Car 86, Adam, is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso. Described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William, 0, 2, 8, 6. Car 86, Adam, is in pursuit of duty. I need to pick up this car. It's only helped to make it to the river. Okay, let's go. Partner. Wo ist denn hier der Schlüssel? Oh, da, wir müssen warten. Oh! Alles klar. Ach nee, er fährt einfach nur schnell, dass alle hinterher fahren. War wahrscheinlich. Hey! Wow! Warum? Alter, wir werden beschaffen. Kollege, dein Hut ist weg. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Keizo! Was machst du? Kollege, schieß! Ach du Scheiße. Was machen die? Los, Kollege, schieß! Schieß die Reifen platt. Oh, Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Warum schießen die auf uns? Wer jagt uns denn hier? Kollege, jetzt kannst du wieder. Jetzt. Ja. Bäm, Alter. Sauber. Alles gut. Ach du Scheiße. Warum schießen die auf uns? Okay, Attacke. Attacke. Machen wir jetzt mal einen auf Attacke. Heia! Hä, wir sind auch verdächtig? Wow! Ach du Scheiße. Vollgas, Vollgas. Durch hier. Boah, schön scharf Kurve geschnitten. Okay, let's go. Let's go, Kollege. Achtung! Oh! Okay, let's go. Attacke! Nein! Was macht der von Idiot? Alter. Attacke! Was wird denn das? Attacke! Okay, und runter hier. Was ist das? Was ist das? Peterson. Assistant DA. Was ist er? Er ist hier für unsere Beine. Ich gehe in da, Jack. Nein, jemand versucht dich zu verhören. Ich habe das in der Ranch. Er hat seine Reine. Ich gehe in hier. Cole, du gehst die nächste Entrance. Biggs, ich brauche dich zu nehmen und verhören diesen Platz hier. Ich denke, das ist der Fallsafe Exit. Cole, er ist einer von uns. Was ist das? Er ist gerade wo du bist! Got es? Got es. Peterson, du willst sein D.A.? Wir haben dir deine Saut. Also, Kelso ist dein Junge, Peterson? Und wer ist mit Phelps? Hm. Vielen Dank.